das wunder von hannelore nun sitzen wir hier im siebten jahr wir freuen uns es ist so wahr ich bin so stark ich habe die kraft die alles schafft ich bin der sieger dies war das überlebensmotto von mutti nach der diagnose bauchspeicheldrüsenkrebs dieser weihnachtsgruß vom heutigen weihnachtstag freitag 24 dezember 2021 das foto wurde um 13 oder 6 gemacht soll ein besonderer mutmacher sein für die menschen die uns in den letzten monaten immer wieder angeschrieben haben und gefragt haben wie mutti es geschafft hat ein großes wunder ist auch der eigene wille der mut zu sagen ich schaffe es egal was es gerade ist ob ich eine krankheit besiegen möchte oder wie das leben andere schwere prüfung beschert hat mutti hat nie aufgegeben obwohl sie nur eine überlebenschance von zwei prozent hatte sie hat den moment genossen im hier und jetzt geliebt und viele viele schöne dinge gemacht ja wunder können geschehen wenn ich an wunder glaube gebe nicht auf glaube an dich dass du alles schaffen kannst genieße jeden moment deines lebens und nutze sie mit schönen momenten vergeude keine wertvolle lebenszeit mit dingen die dir nicht gut tun denn du weißt nicht wie viel wertvolle lebenszeit du noch hast drum liebe im hier und jetzt und mach es dir so richtig richtig schön lieben groß von den bäckermädels tschüss abonniere Amen.